Was geht ab, Leute? Hier ist SirPyronRP. Eine neue Runde Let's Play Digimon Masters Online. Was wollen wir machen? Genau, ich habe mir überlegt, bis ich auf die Antworten von euch warte, weil wir haben jetzt Dienstag und gestern kam das Video mit den Fragen erst raus. Deshalb habe ich mir überlegt, unseren Schatzi hier weiterzuleveln. Er muss noch bis Level 70 gezogen werden, deswegen tauschen dich mal aus. Oh, 14M, Alter, echt mehr Marsch. So, ja, hier die ganzen neuen Event-Dinger, habe ich alles schon erklärt. Hier könnt ihr Potato kaufen, gibt mehr Defense und sowas. Für wie lange frage ich mich gerade? Äh, 30% mehr Defense. Für wie lange? Kannst du mir nicht sagen, für wie lange bitte? Dankeschön. Äh, ne, kannst du mir nicht sagen, alles klar. Was bei dem hier? Event-Shop. Ah, hier kann man die Eier kaufen. Ihr könnt das sehen. Für 10 Dinger, XP-Booster, 60% für 7 Tage. Warum steht da Speed-Booster? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, und dann könnt ihr hier so Eggs kaufen. Die scannt ihr dann und dann kriegt ihr je nachdem, wenn ihr Glück habt, irgendwas Gutes raus. Ich überlege, ob ich mir nicht, äh, Biomon hole. Dillmon haben wir schon. Tentomon, ne, finde ich nicht so geil. Gomamon auch nicht. Hm, was ist denn das hier? Gomamon. Woodmon ist auch cool. Random brauche ich nicht. Agumon haben wir selber schon. So, Matfrigimon. 12 Generals brauchen wir auch nicht. Nö. Was ist mit dem hier? Der hat auch nichts für uns. Ja, ihr könnt sehen, ich habe ein bisschen Geld gemacht. 717M ist jetzt nicht so die Welt, aber wir können endlich Equip kaufen. Ähm, damit ich wieder angenehm leveln kann. Scheiße, ey. Kannst du Zeit warten, bis jemand was verkauft hat. Jo, und da ist mein Game abgeschissen. Ich melde mich gleich wieder. Das ist jetzt schon das zehnte Mal oder so, dass das passiert. Vielleicht wegen dem Update oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Ähm, Scheiß Game abgeschissen. Äh, ja. Hm, was machen wir? Äh, genau, wir wollten einkaufen. Das heißt, wir brauchen Oberteilhose, Handschuhe. Schuhe sind jetzt nicht so wichtig. Also, Oberteilhose, Handschuhe sind jetzt erstmal so das hauptsächliche. Das hält 7 Tage, das können wir noch gebrauchen. Wie lange hält das? Einen Tag, das ist scheiße. Ähm, das hält 15 Tage. Ist auch kacke. Oh mein Gott. Die heißen, die halten auch 15 Tage, kosten 800. Hey, leg mir am Arsch. Military Shorts für einen Tag. 140 für 7 Tage. 7 Tage. 340. Und 160 sind 500. Das heißt, wir können uns kein Oberteil leisten. Doch. Doch, doch. Für einen Tag. Egal. Machen wir so. Wir holen uns das Oberteil. Weil wir jetzt heute gerade leveln möchten. Ähm, das ist so ein grünes Oberteil. Vintage Jeans. Holen wir uns den in Blue. Welche Handschuhe holen wir uns? Ja, grünes Oberteil, grüne Handschuhe. Ist schon fett. So. Und dann sind wir auch schon wieder pleite. Yay. Und ich glaube, wir können noch nicht mal alle Attribute einsetzen. Wow. Ähm. Wir gehen auf C. Das. Das. Und das. Gehen zu dem Equip Merge. Äh. 6M zum deaktivieren. Ja, alter, leg mich am Arsch, ey. Ich hoffe, dass für das Aktivieren bezahlen wir nicht so viel. Ähm. Irgendwas ist schon wieder abgeschissen, glaube ich. Ach, ne. Ich hab was abgeschlossen. Ähm. Sorry. Weiß nicht. Äh. Ja, ich hab nebenbei noch was gerendert. So. Ey, wir sind gleich schon wieder pleite. Leck mir am Arsch. 2M. 4M. Merch. Pleite. Wir haben's hingekriegt. Unser Oberteil zu Dingstar Wormstone. Ähm. Ich muss irgendwas verkaufen. Und ich hab kein Food. Oh mein Gott. Ich raste gleich aus. Ja, mach mal Shop auf. Geht ab. 100B. Das ist ja mega viel. Bringt uns. Äh. Bringt uns irgendwas hier. Mehrere M. 7M. Aber wir gucken erstmal, wie teuer das andere ist. Wenn das auch 6M kostet, raste eh aus. So. Oh mein Gott. Das sind 12. Brauchen wir noch. Und eh auch. 24M brauchen wir noch. Wie mach ich denn jetzt schnell 24M? Ähm. Genau. Ich hab ne Idee. Mach mal mit schnell Geld. Äh. Verkauf mir die für 10M. MC7 10M. Ähm. Kauf. Bitte kauf. Sei so freundlich und kauf. Ach. Jungs. Mein Gott. Immer diese Vorbereitung. Ähm. Ich beende die Aufnahme mal hier. Weil ich denke, ihr wollt nicht die ganze Zeit sehen, wie ich hier so einen Shop öffne. Ähm. Und dann schaue ich gleich mal nach. Äh. Ja. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich was verkauft habe. Ähm. Bis dahin. Tschüssi. So. Was geht ab, Leute? Hier ist der Pirate MP. Neue Runde. Let's Play Digimon Masters Online. Ja. Da sind wir auch wieder. Diesmal haben wir ein bisschen Kohle gemacht. Ähm. Schon ein bisschen eingekauft. Wir haben ein bisschen Zeugs. Äh. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie die Preise gesunken sind im Moment. Äh. Was MC7 angeht. Ich hab die mal für 20M gekauft. Und heute musste ich die echt zwangsweise für, ähm. Äh. Für 10M-Fatiken. Das war echt hart. Weil ich unbedingt Geld brauchte, damit ich heute aufnehmen kann. Weil ich heute aufnehmen muss. Damit, ähm. Übermorgen die neue Folge rauskommt. Ja. Äh. So. Jetzt nächstes. Schuhe. Hose. Oberteil. Und Schuhe. Det, 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 det. So. 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 Sieht das Ganze doch schon mal ein bisschen lustiger aus. Wir sind auch ein bisschen schneller. Unser HP ist auch wieder oben und so. Ähm. Den ganzen Scheiß können wir verkaufen. Ich glaube, das bringt alles nur 100M oder so. Äh. 100B ein. Dafür, dass man fast, äh. Ja. Weiß ich nicht. Ein paar Tee dafür ausgegeben hat. Ähm. Bisschen traurig. Egal. So. Jetzt haben wir noch 30M, um uns ein bisschen Food zu kaufen. Ähm. Und ich habe mir, glaube ich, überlegt, ähm. Ähm. Dass wir erstmal ein Darkness auf 70 bringen. Oder sollen wir den auf... 65 bringen. Baaah. Ich weiß es nicht. Ähm. Ganz ehrlich. Und. Ja. Die meisten von euch haben gesagt, ich soll ein neues Digimon hatchen. Ähm. 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 Nicht schon wieder. Ihr seht ja, ich bin knapp Bakerson und so. Ähm. Ähm. Die fahren im Moment einfach viel zu wenig. Ja. Ja. Zugiaomon. Und. Xuan. Wumon. Xuan Bu. Xuan Bu. Mon. Äh. Mal ein bisschen Platz schaffen. Storage. Das sind scheiße erstmal. Lagern, der eh nichts wert ist. Und. Dann. Ehe hier runter. So. Als nächstes kommen wir dich. 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 Ohne den Scheiß voll. Und wir haben ja endlich wieder Platz. Ähm. Lose für Level 3 Mega. Und dann. Ehe hier runter. So. 7T oder. Dich. Dich.